Hallo, liebe Zuschauer, an euch alle, die ich auf meinem Kanal begrüße. Die Beziehung zwischen den berühmten prominenten Tuba Büyüküstün und Enjögen Akurek hat in den letzten Tagen die Agenda des Magazins erschüttert. Diesmal wird jedoch der Name des Paares genannt, mit dem Vorwurf eines Urlaubs im Schatten einer alten Liebe. Die gemeinsamen Ferien der Ex-Liebenden spiegelten sich in den Linsen der Paparazzi wieder. Die eigentliche Überraschung war jedoch, welchen Einfluss diese Fotos auf Enjögen Akurek hatten, mit der Tuba Büyüküstün derzeit ihr Leben teilt. Enjögen Akurek erlitt einen Nervenzusammenbruch, als Tuba Büyüküstün im Urlaub mit einer Person, mit der sie in der Vergangenheit eine Beziehung hatte, intime Bilder zeigte. Alte Fotos, die sich in den sozialen Medien schnell verbreiten, zeigen, dass Tuba Büyüküstün romantische Momente bei einem Retrospektivurlaub mit dem Geschäftsmann Umut Ewirgen hatte, dessen Name schon seit langem auf der Tagesordnung steht. Diese Fotos von Tuba Büyüküstün, händchenhaltend und vom Meer umgeben, erstaunten ihre Fans. Natürlich wirkte sich die Zeit, die Tuba Büyüküstün mit ihrer Ex-Freundin verbrachte, auch auf Enjögen Akurek aus. Die Reaktion des berühmten Schauspielers auf diese Bilder war überraschend. Diese Situation beunruhigte jedoch Tuba Büyüküstüns derzeitigen Freund, Enjögen Akurek. Obwohl in der Presse in letzter Zeit häufig über die Beziehung der beiden berichtet wurde, löste das Wiederauftauchen des Ex-Liebhabers bei Enjögen Akurek einen Nervenzusammenbruch aus. Im Gespräch mit seinem engsten Umfeld erklärte Enjögen Akurek, dass sich das Wiederauftauchen von Tuba Büyüküstüns alter Liebe negativ auf ihre Beziehung ausgewirkt habe. Tuba Büyüküstün machte keine Aussage zu diesem alten Foto, während sie stillschweigend ihre Social-Media-Konten aktualisierte. Allerdings steigerte dieses Schweigen die Neugier seiner Fans und der Magazinwelt. Enjögen Akurek erklärte, er könne es nicht ertragen, dass Tuba Büyüküstün solch intime Bilder verbreitet und mit ihrer Ex-Freundin auftritt. Enjögen Akurek brachte zum Ausdruck, dass ihn die Situation sehr beunruhige, und erklärte, dass seine Beziehung zu Tuba Büyüküstün durch solche Ereignisse nicht beschädigt werden dürfe. Vielen Dank, dass Sie sich mein Video angesehen haben.